Guten Tag, Maizer und hallo liebe Leute. Wir spielen Battlefield 3 und ich habe ein paar Leute dabei. Ich kann mich erinnern an Leon, Erhan, Sibi, Black Scorpion. Ist doch richtig so, ne? Ja. Jupp. Hallo, sagt mal hallo, 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 hallo. 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 Und wir greifen an, wir machen jetzt Rush. Rush. Oh, was mache ich denn jetzt? Ich wollte doch nicht die Karte. Egal. Ich mache Medic. Ich starte beim 4. Man. Ich bin im falschen Team, ich müsste irgendwie... Was? Ich stehe mal an, dass ich nicht... Ich denke auch nicht, dass du rüberkriegen kannst. Da ist 7er Karte, der Widerspruch. Ja. Da vorne war einer. Immer als 8, oder? Hast du 8? Ich probiere es einfach mal. Ich weiß es nicht. So. Wir können hier eine kleine Peatsmeet-Parodie raus machen. Hallo. Ah, da muss ich meinen Pegel grad mal ein bisschen hoch stellen. Und meine Mikrofonversteckung einstellen. Ja, oder so. Ja, guten Tag, hier sind Battlefield 3, wir sind hier in Battlefield 3, wir sind der und der und der und der und hier und da. Und ja, hallo, ja, Battlefield 3 sind wir. Entschuldigung, ich warte es nicht. Oh. Und er redet auch immer so komisch, ne? Er redet immer so. Ja, und dann... Oh, bin ich denn da jetzt gestorben? Ich hab jetzt gewechselt, ich denke mal, ich werde gleich wieder rübergekickt. Zumal wir jetzt zwei mehr sind in unserem Team als in dem anderen. Aber scheiß drauf. Hä, wie war es schon? Wo scheiß drauf? Ich bin oben übrigens im Panzer. Lass mich, warte mal, äh, ich hüpfe mal eben raus. Ich geh mal eben hier die... Komm, komm, ich hab mal. Ja, ich bin auch in dem anderen Squad. Und du doch nicht. Mein Fahrer. Was, Fahrer? Doch, hier im Squad. Ja, stimmt. Ja, bei... Ja, irgendjemand... Mein Fahrer. Mein Fahrer? Oh. Schade. Ficken. Geld. Drogen. Nutten. Zieh dir mal rein, Alter. Du fessens Deils, Alter. Also unsere Mission ist jetzt, A und B zu machen. A wird jetzt fertig sein. Ich geh mal eben noch mal schnell nach B. Huh. Ich bin auch dort. Und ich bin direkt hinter dir. Werde mein Leben für dich opfern, wenn es sein muss. Genau. Der eine ist hier grad abgeknallt. Also ich würde... Ah, schade. Ah. Dir auf. So, ich hab da hinten grad einen geholt. Ah, ha, 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 ha. Huh, huh, huh. Wenn man den Skill hat, sollte man ihn auch benutzen. Wow. Wir holten da auf einmal diesen komischen Ding ins her. Aber danke, Leon, fürs Reviven. Oh, hier ist noch einer. Oh, 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 oh. Der hat nur Spawnback aufgemacht. Gut. Ah, ist weg. Jawoll. Liebe Leute, so macht man das. Warte mal, ich bin grad irgendwie kein Medic. Doch, natürlich bin ich kein Medic. Übrigens, ähm, kommt doch bei Facebook vorbei, addet mich da. Und, äh, ich mach halt immer wieder so Events, wo ihr mit mir spielen könnt. Mein Kanal ist aufs, äh, aufs Online-Spiel und Koop-Spiel spezialisiert. Abonniert doch mal den Leon. Link findet ihr unter der Beschreibung. Der ist cool. Nicht so cool wie alle anderen, aber... Pass auf, Granate! Seinen ersten Facebook-Daniel. Ah! Oh, warum hab ich denn diese Granate so geworfen? Okay, komm. Lass mal weiter hier. Oh, pass auf. Da war ein, ein, ein Lümmel schlimmer Art. Lass mal bitte zu BERs. Hier rechts rum. Bin ich bei euch? Ich bin, ich bin grad mal verwirrt, weil ich... Ich führe uns. Pass auf, hinter uns sind Leute. Ja, ja, auf der Straße. Auf der Straße. On the street. Pass auf, links, ne? Mach mal hier Medicaid. Renn einfach mal rüber. Zum Schwimmen! Woa! Neon, du kannst übrigens joinen. In unserem Squad. Woa! Komm, komm, komm. Ich bin jetzt fast am Boot. Ah, ich werd angehittet! Bitte, 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 bitte! Ich hab den Sprung am Waffen hier überlebt. Äh? Von wo wurdest du nur angehittet? Komm! Ich nehm die normale Menschen in die Brücke. Nein, ich... Ah, sie ist noch fertig. Yes! Danke, 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 danke. Oh mein Gott, ich bin auch bei euch. Seit wann ist hier ein Boot? Seit wann ist hier eigentlich ein Boot? Ja, es ist halb Rush, ne? Achso. Wow, oben auf der Brücke, Raketenapparello. Wow, 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 wow. Ganz ruhig, liebe Leute, was geht denn jetzt ab? Ich hab ihn angehittet, aber nicht getroffen. Yes! Ey, wir machen echt gut hier, äh, Raddruck. Ey, das ist ja Hardcore. Yeah! Hardcore! Nur Hardcore ist das wahre Leben! Wahre Leben! Boah! Und ach, ich freute mich dabei. Oh Mann, wie komm ich nie wieder raus? Oh, ich bin bei A, ich bin bei A, ich bin bei A. Oh, 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 oh. Nein! Ach, Mann. Oh mein Gott, das ist ein... Ich bin... Ich liege bei A. Da ist ne Leiter! Ich glaube, wenn er da mit dem Panzer rummoppelt, dann... Das wäre so geil, wenn ich jetzt C4 hätte. Ja, ne? Fierst mich mal jetzt bei dir. Ja, hast du C4? Ne, 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 was auch. Latsch dann mal zu A rüber. Ja, okay, das war jetzt echt mehr um Scheiße. Genau, deswegen C4. Da ist auch genau jetzt bei A gerade ein Gegner. Was auch, dann liegst du da noch? Wow, wow, was geht denn hier ab? Ich bin tot. Das ist irgendwie ein Panzer. Dann werde ich jetzt aber... ...smalltrip machen. Ja, da ist ein schwer gepanzerter... ...schwer gepanzerter Panzer. Wow. Was geht denn? Mal ganz schnell meinen komischen... Ich muss hier mal ein bisschen... ...mein, äh, mein Kopfhörer kippt immer so nach links. Hallo, Schalldämpfer. Bin direkt hinter dir. Hallo. Ich habe Raketen-Aparello. Ein Apparello? Ja. Wer ist denn da an der Brücke? Achso, der Gamer, der ist da unten. Apparello, erinnert mich an Spongebob. Warum Apparello? Apparello ist Spongebob? War da Apparello oder sowas? Wir werden beschossen von hinten, von hinten, von hinten kommt einer. Hier, ich stehe auf. Ich wurde angehittet, ich wurde angehittet. Oh, da ist noch einer. Ach, Mann! Den von hinten habe ich. Ah! Warte, wo liegst du? Mann, ich habe hier jetzt mega noobisch da... ...hin nicht gesehen. Pass aber auf, ich werde direkt angehittet. Boah, da kommt der Panzer. Boah! Nein! Aber danke. Der Wille zählt. Oh, wie der Panzer auf einmal um die Ecke kam, ey. Oh, Mann. Ich muss meine Kopfhörer hier so ein bisschen... ...quitschen. Ah, die vier sind mir nicht schlecht. Da hast du schon hier so einen schönen Apparello dabei und setz dich nicht ein hier. Ja, ich komme jetzt. Was für Leute muss ich hier schon wieder spielen? Mein dicken Huber setzt hier jetzt ein. Wo ist er denn? Aha! Wenn du das sagst! Mein Gott, das ist... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wuhu! Nein, sind wir nicht jetzt gestorben. Das ist nachher gefahren. Steh auf. Nein, ich glaube A wird ge... Ja gut, wir haben A. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich glaube, weil es einfach dein Sprengstoff war, oder? Bist du einfach in die Luft gefahren. Ja, aber ich bin doch weiter weggegangen. Da vorne, oder? Zwei Meter! Ja, dann ist er nach hinten gefahren. Ja, ja, der ist nach hinten gefahren, oder was? Oh, fuck! Ich wollte eigentlich noch eine Granate draufschmeißen. Also hier, Rakete. Ja, ich bin gerade fleißig am Wiederbeleben, aber Opfer irgendwie selbst... Ich lieg hier auch links neben dir, glaube ich. Ich camp hier. Ich bin gerade neu gespawnt, aber Moment, warte. Brr, nicht wieder! Ja, geil, sauber. Und wieder weg. Oh, Erhan, ja, ich auch. Direchte an den Sandsäcken. Ja. Aber wir haben da eh! Ja, ein Sandsack ist einer! Sandsack. Sandsack! Er lacht, er weiß gar nicht, um was es geht. Klar! Um was denn, bitte? Dass da am Sandsack einer ist. Das war schon Scherz genug für mich. Oh Gott, Erhan, direkt wenn du rauskommst, links um die... Oh Gott, er dick... Oh mein Gott. Nee, weil bei ProMod gibt's eine Stelle bei Crash, die nennt sich Sandsack. Und da hockt so gut wie immer einer. Ah, so, okay. Ja, mit der Desktop. Vorsicht, Sandsack! Sandsack, Alter! Ich schaue, Leute, die gefällt aufs Sandsack, pass auf! So machen wir das immer, wenn wir spielen. Und jetzt gehen wir das mal. Wow! Jedes Mal! Wow, hier geht echt einiges. Ja, ich komm auch jetzt durch. Wo sind denn da die Gegner? Grascht! 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 Wo sind die Gegner? Lerung, pass auf, bei der Judenstelle. Ah! Wo denn? Oben im Turm! Er ist tot! Hab ihn! Oh, geil, sauber! Okay, weiter, komm, 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 komm! Ich bin mir dick. Oh! Willst du ein bisschen Medizin schnüffeln hier, direkt innen, neben dir irgendwo. Oh, 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 oh! Wo hocken die? Da oben! Schlüffeln meine Medizin! Oh, ah, oben rechts, in dem rechten Fenster. Wenn ihr ganz gerade drauf guckt. Ja, die können nicht mal. Schau da erstmal Aparidle drauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ihr um die Ecke geht, links ist auch noch irgendwo jemand in dem Haus oben oder so. Okay, okay. Oder dann direkt auf der Straße irgendwo. Ich werde grad... Ja, am Baum da hinten. Ich seh's. Ja, ich mach mal Aparidle. Hat jemand Muni? Nee, ne? Ich hab Muni. Panzer, 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 Panzer. Oh Gott, ich bin tot. Ihr hört nur dieses leichte Rauchen, wo den Pass auf einmal steht ja direkt vor euch. Oh Mann. Wow, 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 wow. Einmal bitte wieder übernehmen, schnell. Ab, ich bin Muni. Gut, ja, gerne. Ich spawne bei DR-Han und dann schaue ich, ob er dort irgendwo in die Nähe liegt. So, wo bist denn du? Hier, da. Okay, halt durch, halt durch. Ich kann es nicht beeinflussen. Yes. Bester Mann. Oh, ich bin tot. Ja, ich auch. Ach, Mann, Mann, Mann. Dich belebe ich nicht wieder. Das bringt mir ja gar nichts. Dich belebe ich auch noch einmal wieder hier. Was nehme ich denn für eine Waffe? Ah, ah, ah. M4, M4. Komm, nimm mal die Schmerzen. Also nicht mal, ich hab meine, meine Boxen gefetzt. Ich saß mit meinen, mit meinen, meine Bein hab ich auf mein Subwoofer gelegt, während ich Breaking Bad geschaut hab. Rutsche aber mal ab und hau voll das Kabel raus. Und das eine Stück vom Kabel hängt jetzt so im Ding drinne und das andere ist abgebrochen. Boah, du wirst noch Breaking Bad so feiern, ne? Du bist ja jetzt bei der dritten, Alter. Und dann, wenn du zur fünften kommst, das wird so geil. Ja, die dritte ist schon extrem geil. Weil es ist, es wird immer mehr so, aber es ist nicht übertrieben, weißt du? Ja. Und dann kommen halt immer noch so, dann läuft manchmal was schief und so. Und echt, jetzt ohne Kack, ne? Zur fünften Staffel hat Heisenberg so eine geile Idee. Das ist schon fast abstrus eigentlich. Aber wenn man so darüber nachdenkt, dann ist das richtig geil. Okay. Weil die suchen halt eine Möglichkeit, wie die halt kochen können. Und er hat eine richtig geile Idee dafür. Spoiler. Noch habe ich ja nichts gesagt. Du hast gesagt, dass sie eine Idee brauchen, wie sie kochen können. Ja, das sagt mir jetzt schon, dass sie nicht mehr am Kochen sind im Labor. Mensch. Das Labor ist doch wohl, das ist doch schon von vornherein klar, dass es nicht die ganze Zeit so geht. Weil, aber dieser eine, ne? Wie hieß er noch? Der hat da voll den Konflikt da mit ihm. Er will den ja wegschaffen und so. Ja, aber ich fand's ja krass, wie der Jesse. Dass sie den Typ da umgelegt hat. Ja. Das war echt eine richtig krasse Szene. Das war sauspannend. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Wo, 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 wo? Ah, da oben rechts. Ach, du kleine. Ah! Ganz sachlich bleiben. Ah, kannst ruhig ausfallen werden. Ah, du kleines Kackviech. Kacktyp. Ah, der LRV, ne? Wenn die den nicht hätten, ne? So 50.000 Mal schon durch. Ja, lass mal rechts hin. Ah! Ah, wir sind trotzdem, wir alle vier sind vorne. Ist schon mal gut. Schon mal schön. Hallo. Ja, mein Spiel ist gerade abgestürzt. Ja, ich hab mich gerade gefragt, warum Leon die ganze Zeit gegen den Stein läuft. Immer vor dem Breakdance, ne? Also, das ist natürlich wieder typisch jetzt. Mein Spiel stützt immer ab. Das ist geil. Schön mitten in der Aufnahme. Dein Spiel ist kein Chabo. Chabo. Mein Spiel ist einfach ein Penner, weißt du? Dieses Trecksgame. Das erlaubt sich immer abzustützen. Scheißtreck da. Mein Game läuft aber gerade auch ein bisschen unrund so. Unrund? Wer sagt unrund? Ich sage unrund. Neues Wort für uns. Du wolltest anerwähnen, dass sein Name ist. Wenn ein Spiel unrund läuft, unrund. Keiner weiß, was er damit anfangen soll. So, ich latsch jetzt einfach mal quer über die Straße. Oh, da ist der Panzer. Ja, er hat mich. Der Panzer steht so nubisch oben auf dem Berg. Nubisch. So, ich hol mir jetzt richtig dickes Gerät. Ich brauch gleich mal Muni. Schau, mein Kürgen. Der Panzer ist meiner. Na was? Nein, man braucht jetzt 13. Ja, Javelin draufgeknallt. Wow. Ja, mit zwei machen wir ihn nur Kampf und für. So, ich bin jetzt drin, AB. Du, Popoloch. Nein, wir spielen in einem Team. Nee. Da gibt's keinen Kill-Clown. Er hat mich unterstützt. Er ist ein Popoloch. Lass mich, ich sag's meiner Mami. Da vorne ist deine Munition. Nein, ich hab ihn aber. Wow. So, ich bin wieder drin. Auch in eurem Squad, glaube ich. Ja. Wie wunderbar. Oh, 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 oh. Das freut mich aber sehr. Jetzt muss nur noch mein Ping irgendwie mal gut bleiben. Und ich die ganze Zeit hier abkacken. Jawoll. Boah, Leute, wir ruhen so die Runde hier gerade. Richtig geil. Es ist für mich eine Ehre, mit euch zu spielen. Oh, das freut mich aber wirklich sehr. Der Typ kam einfach vor mir hier und ich musste einfach ballern. Ich konnte meinen Push-to-Talk nicht mehr ausmachen. Wie machst du das eigentlich mit Push-to-Talk während des Spiels? Das wäre mir viel zu dumm, um auf die Tasse zu drücken. Ich hab die auf der Maus drauf. Ja, Leon, wenn du mal ein bisschen dein Gehirn einschalten würdest. Die Maus, liebe Leute, hier. Nur ein bisschen. Da. Und hier auf diesem kleinen Knopf. Da ist das Ding. Nur ich häng die ganze Zeit bei der Facecam so schräg, weil ich muss meinen Kopfhörer immer so hochnehmen. Was ist denn hier los, so? Und das ist übrigens die letzte Instanz hier mit den M-Coms. Wow. Ähm, vorsichtig an. Hier hinten macht irgendwo einer rum mit der Leichen. Da, genau vor mir. Oh, ich hab ihn noch. Ah, Mann. Ich hab ihn noch gesehen, aber. Ich lieg da so rum, aber ich brauch mich nicht wiederbeleben. Ah, mal einmal hier ein bisschen anders positionieren. Leckes, Mann. Ich komm mal zu dir. Die haben jetzt, glaub ich, eh keinen Panzer mehr, oder? Ich weiß nicht mehr genau. Nein, wir haben den. Okay, dann mach ich Medic. Ey, Leon, da war das Geräusch wieder. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich hab's langsam nach ungefähr 500 Mal hinweisen, hab ich's mal rausgekriegt. Und liebe Zuschauer, wenn ihr irgendwas habt, was ich verbessern kann, dann lasst es mich wissen. Ich werde darüber nachdenken, ob ich, äh, ja komm, hol A. Dann gehe ich zu B. Meins. Meins. Aber ich sag mal, dieses, wenn das jetzt mal abrund so kommt, das jetzt nicht so schlimm. Einer ist bei A, 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 A. Wo ist der denn? Ich steh direkt neben A. Nein, er war da. Ja, und er hat's grad defused. Oh, 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 meine... Warte, ich bin... Oh, du bist schon weg. Scheiße. Oh, dein Internet ist am... Längen... Oh. Haben wir eigentlich noch den Black Skorpion dabei? Ich weiß, das ist schon die ganze Zeit irgendwie so. Warte, ich spawn bei dir. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Äh, Panzer... Vorsicht, Panzer, Panzer. Da ist einer, der will grad irgendwas Böses am Panzer machen. Oh, Glück. Der will irgendwas Böses am Panzer machen. Ja, der ist da so aggressiv drauf zugerannt. Vermutlich wollte er an dem Panzer ein wenig Sprengstoff platzieren, um diesen in die Luft zu sprengen. Ach so. Ach so ist das, ach so ist das. So etwas dürfen wir uns aber nicht gefallen lassen. Nein. Heroischerweise sollten wir jetzt einfach mal B einnehmen. Wenn wir dominieren das gegnerische Team. Ah, Granate, Granate, Granate! Und mein Ping verdirbt grad irgendwie so. Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig scheiße. Ich liebe dich, Telekom. Yes! Ah, war nur... Also man muss die Telekom wirklich mal loben. Also wirklich, was die da anstellt. Ja, Mann. Und mit ihrem Perfekt-Laufen... Oh, der Drecksack, ey. Der sind wir auch noch, der ist bei uns im Test. Er wird einfach hasserfüllt, hier soll rausgehen. Eventuell. Du hattest töten. Pfff. Pfff. Ja, der Sibir hat noch gar nicht hier so richtig viel gesagt. Er ist aber mehr so der Leise. Er ist der Leise-Pro-Gamer, so. Also, Silencer, wenn du das jetzt sehen würdest, du würdest dich totlachen. Was denn, was denn, was denn? Was habt ihr gemacht? Leon läuft geradeaus und ist wieder da hinten. Ja, da hinten. Guck mal. Komm, wir müssen BM machen. Ja, und Internet. Internet. Der Telekom sei Dank. Ey, ihr seid ja immer noch am Fummeln. Wow. Alter. Der hat schon längst so'n Timeout. Von rechts kommt so'n Typ. Also, wenn wir drauf zulaufen, rechts ist der. Röpf jetzt da zur Straße. Da müsste er rechts jetzt kommen, da. Jo. Sauber. Ich spawn jetzt bei dir. Ganz schlecht. Hallo. Hab dich. Danke. Wow. Ist mal rechts hier. Geht durch die Tür. Das kriegen wir doch nie mal. Das ist so nah, doch so fern. Geht's jetzt eigentlich wieder? Bin ich jetzt wieder irgendwie halbwegs zu verstehen? Ja. Ach, Mann. Dann krieg ich den und dann... Hast ein Kill gemacht. Ein Kill, aber er hat mich auch gekillt. 1-1. Fierce Man, ich komm jetzt bei dir. Oh Mann. Oh, Granate irgendwas. Granate. Oh, hinten, hinter uns. Rechts, rechts, rechts. Danke. Gerne doch. Da kommt da endlich der Panzer. So wollen wir das doch haben. Von wo kommen die eigentlich immer her? Ach, hier hinten ist... Komm, wir gehen hier rechts da. Durch die Tür, genau. Aber den Trick hab ich grad schon versucht. Ja, da stehen welche. Der kleine Schlingel wartet da direkt. Oh, falsch geworden. Darauf, dass wir das Haus betreten und ihre Basis in die Luft sprengen wollen. Warms weg. Das war aber ganz schön knapp, oder? Bist du ganz schön gestört. Jo, 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 jo. Und, komm, jetzt. Alter, wir sind grad echt so gut. Alles nur wegen meinem Internet. Was war denn im Internet? So göttlich. Da ist Bonn. Oh nein, oh nein, Granate, Granate. Kann ich eine wieder... Wow. Ja, warte. Bei mir stand auf einmal eine direkt vor mir mit dem RPG in der Hand. Wie geht denn das? Nein. Ich bin nicht reinwengend. Nein, nein, nein. Scheiß, ich bin tot. Nein. Jetzt defendet das Ding. Yes. Yes. Sauber. Sehr gut gemacht. Wie im Klan-Fass hier. Wie im Klorn. Der Server ist echt hart. Ja. Es war eine ganz schöne harte Runde hier. Harte Runde. Janik kann das am besten. Ja. Na, der ist am gestörtensten. Der David ist dabei. Wegsack. Der David. Ja. Einfach. Ja. Die? Na. Vielen Dank.